Räuchermann-Dilemma von Eva K. Kühn Lieber alter Räuchermann, hör die schlechte Botschaft an. Deiner Zunft droht große Not durch das deutsche Rauchverbot. In Gaststätten und in Büros, in Läden, Bahnhöfen und Klos wirst du wohl bald davongejagt, denn dort ist Rauchen untersagt. Nicht lang, dann fliegst du aus den Stuben, denn den Mädchen und den Buben könntest du schlechtes Vorbild geben für ein drogenfreies Leben. Männelmacher sind nicht dumm, stellen die Produktion halt um. Auf Räucherofen, Räucherhaus, aus Teetassen kommt Rauch dann raus. Auch Köchinnen mit dampfenden Töpfen, Wissenschaftler mit rauchenden Köpfen und Wandersleute mit qualmenden Socken bauen sie jetzt unerschrocken. Nur du mit deinem schwarzen Mund lebst asozial und ungesund. Ja, deine Tage sind gezählt. Nur nicht in meiner Weihnachtswelt. Und da sind die Septemberilitär hat miturar. Vielen Dank.